Ja, das habe ich auch schon rausgestellt. Ja. Ich stimme jetzt mal auf Video auf, oder zuerst in YouTube. Habe ich auch nicht ihr Video reingetan. Ne? Was? Ja. Jetzt nehm ich euch auf gerade. Komm mal zu Sheila. Nehm ich euch mal auf. Oder jetzt setz ich mal neben Devran hin. Geht ihr alle mal zusammen da. Was guckst du denn da für ein Foto? Kennst du? Kennst du wie? Komm, hier hast du ja Devran. Hier mal zu Devran. Devran, post du kleine Haare. Der Devran macht gerade hier so ein der erste Hacker von Ratting West. Der hackt alles auch durch. Der Devran, der Hacker. Das ist meine Oma. Oh, sag mal was. Egal. Herzlich willkommen in Lindorf. Oma geht bald zurück nach Ersincan. Und ich bin hier, wenn ihr mich sucht. Genau. Aber ich bin hier, wenn ihr mich suchen solltet. Genau. Was soll ich denn schreiben? Ja, sag du mal. Ja, sag du mal. Irgendwas, was einfach ist. Die Lindorf. Genau. Was steht da in der Familie Makjowski? Hast du einen polnischen Namen jetzt oder was? Ja. An der Klingel. Walter Makjowski. Ich höre noch polnische Namen. Aber ich wollte ein Trend jetzt polnisch sein. Das ist meine Mutter, Witzorik. Ja? Hast du meine Mutter, Witzorik? Ja. Hast du schon von deinem Vater den Namen bekommen? Bei der Heirat? Ja, meine Mutter heißt normalerweise Milan. Mijan. Also Spanien. Stimmt, früher war ja Milan bei euch immer, ne? Walter Milan, ne? Am Klingel. Ja. Also wir haben hier Untermieter zur Info. Und, ja. Wenn ihr hier gemeldet habt. Wenn ihr hier gemeldet habt. Ach so, wegen Posten so, ne? Stimmt. Posten. Jetzt haben wir euch. Ja. Deshalb steht da in Zorik. Was hat er gemacht? Zu Office Online wechseln? Ja. Zu Office Online wechseln? Nein, schließen. So. Jetzt müsst ihr es drauf haben.